Hallo, guten Abend, hier ist der Thomas. Der Land von Sandal auf Montag gestern, der Land von Samstag, den 18, 19, 7, nee, 18, 7 auf 19 gab es Sandale auf dem Opernplatz Frankfurt. Und so, Moment. Und so, Moment. Ich stütze Sandale bei Party auf Opernplatz der Nacht. Zu Sonntag ist es auf dem Form von der Burg zum Rahmen einer Party zur Ausscheinung gekommen. Die Polzheim-Metalde habe es King Caillou zunächst eine Massensteckerei mit rund 30 Beteiligten gegeben. Weil ein Teilnehmer stark blutete, habe die Bolzheim als Waschernstreife eingreifen wollen. Dabei hätten die Umstehenden die Bahn angegriffen und unter anderem mit Gläser und Flaschen beworfen. Die Bolzheim räumtet den Platz, schießt sich die Lesbeteiligten gegen Halb 6. Es gab nur drei Schiss und fünf Bolzisten für den Belast. Als es der Nacht von Samstag, 18, 19, in Frankfurt passiert, das hängt mit Kronitz und ganz Partys und hat es auf Schrank. Aber da gab es dann eine PC-Konferenz heute und auf alter Form von der Burg zum Fernsehen im Fernsehen. Also vielleicht hat es noch nicht jemand mitgegeben. Das wollte ich halt für mich zeigen, was man jetzt zuwörtlich ist. Wie ist eure Meinung dazu? Also das hatte ich halt so geschehen, nehmen gern. Ja, und morgen war es immer was. Das wollte ich euch zeigen. Ich mache jetzt unsere Stomachie.